Was sind hier für Leute beim RBW, yo Hier rappt ja jeder monoton wie R2-D2-Roboter-Rap Ist das der neue Trend oder der letzte Aussie für Rapper, die keiner kennt? Ich will mich nicht beschweren, doch ich wär froh, können wir das jemand erklären? Mit diesem erbärmlichen Flow, ich hörte Britney Spears und hab geheult, ist echt so passiert Wie kann es sein, dass man sich freiwillig im Netz und blamiert? Zu meiner Maskierung, das müsst ihr verstehen, mir ist es peinlich an dem Turnier mit euch teilzunehmen Nicht gegen die Veranstaltung, die Idee ist passabel, doch euer Skills sind exponentiell wie ne Parabel Vom Preisgeld kauf ich MC, take nur einen Synthesizer, dann hört er auf mit Rapper und mach mit Elektro weiter Ich bin einfach tighter als ihr und auch Klüger, ich mach dir mit aus, denn die 16 Zeilen sind vorüber